Warte, wir können bestimmt noch irgendwas anderes tun? Ja. Mit den Vögel bin ich geflogen. Was ist hier? Da bist du eben mitgefahren. Ich gehe erstmal eine Runde Grinden. Ich will auch mal gucken hier. Hier ist die Grinden anfangs Schienen. Ach nee, ist das nicht. Oh, die machen hier. Komm, ich kann Schneeengel machen. Ich komme. Ich habe Schneeengel gemacht. Ja, wuhu. Erstmal auf den anderen draubschmecken. Warte, hier auch noch. Snow Angels. Voll süß. Schneeengel. Sogar mit drei Es. Schneeengel. So, wo kommen wir hier hin? Alter, die fahren einfach immer nur einen Kreis. Aber dann, guck mal, da links ist ein... Oh, doch nicht. Ah, cool. Was ist denn da? Da war ein Tunnel. Ach so. Okay, die fahren immer einfach nur einen Kreis. Ne, da geht es wieder hoch. Okay, da müssen wir wieder hoch. Die Vögel eigentlich irgendwo hin? Ne, die fliegen auch nur einen Kreis. Ne, ne, da bin ich auch eben schon mitgeflogen. Und das ist... Ich will, dass der eine mich herumkutschiert. Ich finde irgendwo einer da, 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 da bin ich rein. So, ausrichtig, mein Freund. So, da kann ich irgendwas trinken. Ha! Ja. Wollen wir da weiter? Ja. Ja. Ja, wir müssen... Hier in die Mitte, guck mal. Ja, die Kugel. Ja. Ja. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Okay. Es geht bestimmt die Kugel zu und wir... Sehr geil, oder? Ja. Voll geil, ey. Gehen wir jetzt auf den Bergjahr, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, 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 was ist das denn? Oh, 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 oh. Was ist das denn? Tavern, die Tavern, ja. Zell. Zell. da sehe ich mich drin da ist sie wieder bin beigetreten sehr schön machst du mal ich guck dann nachher mal nach dem stream wir tanzen wo es der glühwein da ist die bar da ist die bar geradeaus lasst uns laufen hier saufen du kannst die hüte klauen ich nehm den da nein 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 hier schatz ich hab dich gefunden der kopf hier aber guck mal der kotzt herzchen ja und der da der tat mit sich selbst wieso können wir denn nichts trinken hier was soll das denn schon wieder das ist schon wieder nicht realistisch ich will auch was trinken geht nicht geht nicht habe ich schon versucht aber ich habe gut mitgenommen der koppel geht weiter ist hier noch aber jetzt noch mehr party speed und das ist dahin wir müssen wir müssen das bietet ich glaube wir müssen jetzt bock fahren ich dachte ich könnte sich eintauschen geht weiter ja ich bin doch gar nix ich war doch nur wieso bist du eher als ich weiß ich doch nicht wieso willst du erster sein mit dem bleiben relativ mittig du siehst es ja direkt erst mich auch mal vor warum einfach nur weil es mich gestoppt ja wir fahren mobi dick den schlund hinunter blutig der turbo streifen jetzt fliegen wir hätten aus dem arsch wieder raus tatsache ich hatte ja ich auch ja das ist einfach so cool gemacht das game rückwärts guck ich bin cool du bist sowas von cool und zweite ich bin ja dann da kommen wir gleich springt was machen wir hier ein auf ariel die meerjungs das ist so niedlich das spiel maximal das spiel ist nicht nur mir gar nicht jetzt macht auch noch so viel spaß ehrlich ich hätte das nicht gedacht weil ich ja sonst immer lieber so horror games und so zocke aber dass sie es einfach so mega cool kommt mal hier ja ich bin unterwegs hier kann raus gucken dass die küche das ist hier jetzt müssen wir hier machen müssen wir das aufkriegen ja bestimmt mit unserem agglied ja ich glaube ich brauche blau ne ja jetzt wird reingesaufen schade ich dachte wir dürfen noch weiter schwimmen diese kleinen bauarbeit mit den nasen ja auf jeden fall aber für 40 euro bin ich etwas zu geizig für ja wir haben es uns auch gut überlegt aber man braucht ja auch nur einer 40 euro ausgabe der andere darf umsonst mitspielen ja also rein theoretisch könnte ich das jetzt mit ihr auch spielen da kann man es diesen unterladen ja dann kann man das so mitspielen ja ja ich sehe okay so So, äh, don't tell me. We're just gonna bring the sweetness back into our relationship. Of course! Without sweetness, our relationship will die! Just throw us some sweets and we'll cancel the divorce. Sweetness comes in many forms. Men, when was the last time you think Cody... Jawoll, Ole, da hast du wieder einen rausgehauen? Ähm, well, äh... And we have you, Shawn May, some appreciation for working overtime to support the family? Ha? 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 Ah, well, there was that time when, you know... Exactly! Now, turn on the candy production and make the sweetness blow again! I hope you pack your toolkit. Also, Masterma, ich kann dir nur sagen, also lohnt sich das Game alle Male. Oh, I get it! Ah, okay! Da können wir einfach rein, ja? Warte mal. Ist das egal, wo wir hier reingehen, ja? Ist das egal, wo wir hier reingehen, ja? Ist das? Ah, Boost! Ui! Ui! Oh, da unten ist so ein, so ein Angelfisch. Da geh ich hin. Den hol ich mir. Ja... Meinst du, der frisst uns nicht? Ja, der frisst uns nicht. Ja, der frisst uns nicht. Hier unten müssen wir drehen. An der Schraube, ne? Ja. Kann man das tragen? Wo bist du denn? Da. Oh, wir können das tragen. Komm! Ja, das müssen wir mit hoch zur Schraube. Ja, ja, ja. Da ist die Schraube. Wir müssen aufpassen wegen dem Anglerfisch. Wir müssen nach oben, nach oben. Oh Gott, das ist nicht einfach. Oh Gott, das ist nicht einfach. So. Ah! Ja, hol sie dir! Scheiße! So, komm! So, und jetzt drehen? Drehen, 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 drehen. Wohin? Eher dreherfach. Andere Richtung. Wahrscheinlich, ja. Jo. Mach doch Sinn, immer rechts rum ne Schraube. So, das ist der erste. Wir müssen die anderen auch noch... Oh, der ist da. Der ist da, der ist da. Ja, ich seh. Ich glaub, wir müssen das, das Ding gleich... Oh, 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 oh... Warte, ich komm, ich komm. master war da hast du vollkommen recht nur bei mir ist es halt ja warte für mich hat sich trotz corona einfach nichts geändert weil ich arbeite im einzelhandel im gegenteil wir hatten noch mehr arbeit so kann man schon einfach darüber komm xxxx hier das andere schraube aber der ist noch mehr dran ja jetzt kommt der anglauff ist jetzt kommt der anglauff ist richtig jetzt er kriegt ich jetzt nicht ab komme ich gleich weg so hat mich nicht gekriegt so jetzt einmal runter ich habe losgelassen ich bräuchte sie einmal junge dame ja andere seite so halt direkt fest habe ich ja schwimm 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 ich hab's so kommt schnell zu der schraube so warte ich muss hoch ich muss hoch warte ich habe mich verdrückt na ich lass mal los ja das glaube ich gerne dass ihr noch mehr zu tun habe auch nicht wirklich ein vorteil naja es ist es ist halt ja ich glaube es ist halt schwierig so weil weißt du so viele leute wollen einfach wieder arbeiten und unser ein so denkt sich so ja scheiße ich würde gerne ein bisschen urlaub ein bisschen ruhe haben weißt du ist echt das ist total verrückt ist das die letzte schraube ja ja das sieht so aus teamwork baby jetzt einfach so wieder zurück ich habe keine ahnung ich habe einen stein fallen lassen guck mal ja das ist so ein ubo ding hast du gesehen da war da war ein schwertfisch ich will mal ich will mal zu dem automaten dahin ja ich komme mit wir können gerne tauschen für einen monat ja das ist das ne das ist genau das was ich meine ich hatte vor zwei wochen ne woche urlaub und war so dankbar dafür und andere wollen halt arbeiten ne das ist echt verrückt das ist gar nix aber da ist wirklich ein schwertfisch ja dann schwimmen wir jetzt auch erstmal hin den muss ich mir angucken der piekst uns bestimmt auf ja das wird dann nachher bestimmt die fabrik du musst das mit du musst man ein schiff da ist ein schiff ja wollen wir nicht oder müssen wir nach oben jetzt da ist ein schwertfisch hier die tun dir nix ne ne die tun wir nix ich komme da nicht hoch ich will zum schiff mann was ist das tier hier okay ich komme yo bin da was im einzelhandel dass die kunden auch teilweise echt unangenehm geworden sind also mehr als sonst so viel frust und missmut naja ja das stimmt schon warte ich schieße ich weg das stimmt schon aber ja man gewöhnt sich an alles ich habe eine schanze gefunden die piratenhüte kommst du kommst diese piratenhüte hier in der schatzkiste nehmt mir dir piratenhüte wir spielen sie auch sie ist da kommt steig in die kanone ich schieße mich jetzt selber weg geronimo es ist einfach nur absurd momentan was alles passiert man möchte doch einfach momentan das ist nett vielen dank machst du magst wenn man da hinten ist ein markt oder sowas da gehen wir hin hoch 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 hier ist ein event schlittschuh fahren glaube ich da wirst du mich ja wohl jetzt wohl abziehen da will ich jetzt aber dass du gewinnt grüne ringe geben dir einen boost passiere die gelben kontrollpunkt um eine runde zu können alles klar dass das sollst du jetzt schaffen ich fahre auch nicht durch die ringe rampe rampe hey du bist vorne vor die wand gefahren ich gewinn ja was nein als ob ich dich gewinnen lassen würde nein live jetzt kommt diese behinderte oma mir hier noch den boost ja so eine blöde oma so eine blöde diese blöde oma man hier kann man gar nicht hoch verdammt sauber kein respekt man die alten rum is ja ehrlich ne so weiter geht's siehst du seid ihr gegönnt du hast auch mal gewonnen ja da ist aber auch irgendwas wir gucken weiter ja ich glaube schon ach so da kommen wir nur wieder kann das sein dass wir wieder nach unten müssen ja ich komme mit einer arschbombe arschbombe oh ja ich gehe auch mal oben da rein